Kuckuck, schönen guten Tag, ihr Bio-Forscher. Willkommen zurück zu Days Gone. Wir quatschen jetzt mit unserer liebsten Sarah Maus. Die will nämlich irgendwas von uns. Und es ist... Schnauze, es ist ausnahmsweise nicht unser Körper. Kuckuck. Was, was ist das? Ein spezieller Tranquilizer, damit kannst du ihn lang genug ruhig stellen, um ihn herzubringen. Ich bin dicht dran, Deacon. Das könnte es sein. Gerne. Ich weiß nicht, ob die das so geil finden am Tor, wenn ich da mit so einem Freaker stehe. Ich weiß nicht, ob der Colonel das wirklich gut findet. Ich meine, klar, scheiß auf den Colonel, aber... Ich weiß nicht, ob das so eine weise Idee ist. Klar, ein Freaker alleine wird jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden anrichten. Deacon, kommen. Ey, ich will dir gerade einen Krabbler suchen. Einen Krabbler suchen. Super, okay. Ich brauche einen ganz speziellen, ja? Natürlich. Ey, warte, Moment mal. Einen speziellen Krabbler? Südlich von hier, am South Rim Drive, steht eine alte Ferienhütte. Jetzt lebt eine ganze Kolonie infizierter Kinder. Krabbler. Okay. Okay, melde dich, wenn du da bist, Sarah. Eine Krabbler-Kolonie. Oh mein Gott, das muss ich sehen. Ah, das wird übel enden. Wenn das Spiel einem schon so den Weg erschnügt... Hey, Captain. Ich erledige was für Lieutenant Whittaker. Ich bin beschäftigt. Verstanden. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Wir wollen Weavers Waffe testen. Curry Ende. Oh, scheiße. Tja, so viel dazu, dass Sarah noch vor Weaver fertig wird. Das kann ich machen. Ich nehme mal hier gerade noch ein paar Hölzer mit für meine Bolzen. Okay, da bin ich auch schon voll. Ja, da bin ich mal gespannt, was da jetzt mit den Krabblern abgehen wird. Vor allen Dingen, warum muss es ein spezieller Krabbler sein? Was ist der Unterschied? Was ist der Sinn, dass es ein spezieller sein muss? Krabbler ist Krabbler oder nicht? Oder hat sie sich schon in den verliebt? Hat sie sich den schon ausgeguckt? Hat sie da schon X drauf gemalt? Okay. Na, wo ist es denn? Naja, wir schauen uns das mal an. Was die da für ein Krabbler meint. Sarah, ich bin da. Okay, such nach einem Mädchen mit einem roten Shirt. Eins dieser Kinderoberteile mit einem Kätzchen oder sowas. Ich bin überrascht, dass der Colonel diesen Ort noch nicht abgefackelt hat. Ich hab's zum Sperrgebiet erklärt. Ich entnehme den Jüngsten dort drin schon seit Monaten Blutproben. Die brauche ich für das Serum. Okay. Wie soll ich den Krabbler rausholen, ohne die anderen zu töten? Ich weiß es nicht. Tu einfach, was du tun musst, okay? Ich brauche das Mädchen mit dem roten Shirt. Also darf ich die anderen alle töten. Das Mädchen mit dem roten Shirt. Ach du Kacke, ey. Was ist denn... Was stimmt denn nicht mit dir? Also den kann ich töten. Ich war doch hier aber auch schon mal oder nicht. Das sind natürlich echt nicht wenig, ne? So, die holen wir erstmal alle platt hier. Ach Kacke, nein. Nein. Aha. Jetzt hab ich... Aha. Ich hab ja jetzt meine Waffe gar nicht. Jetzt hab ich... Tranquilizer Muni verschwendet. Ach Kacke, ey. Scheiße. Ich hab ja meine Pistole gar nicht mit. Hab ich gar nicht dran gedacht. Das könnte sonst noch zum Beispiel sein. Mal versuchen. Mal versuchen. Dann war es nicht. Das ist schlecht, weil gleich ist meine Muni alles. Hm, okay. Okay. Ja gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir die irgendwie finden, ne? Also die hat den roten Pulli an. Ich hab keine Ahnung, wie... Ich bin da grad echt so ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Na, also. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, verdammt. Ich sollte sie doch nicht hören. Ach, das war so. Das war so. Aha. Okay. 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 Das war... Ich dachte mir auch schon, die kann bestimmt nicht oder wird bestimmt nicht auf dem Dach sein, weil ich da ja nicht rankomme. Also das muss schon eine sein, die halt irgendwie unten rumrennt. Deswegen hätte es natürlich Sinn gemacht, dass es die vorne ist, aber... anscheinend ist es ja dann... ...jetzt auch immer die da hinten. Das heißt, ich will jetzt nochmal gucken, dass ich den ganzen Schrott noch wieder sammle. Den ich grad auch schon gesammelt hab. Die tun mir ja soweit erstmal nix, die Viecher. Die sind ja eigentlich relativ harmlos. Wenn man sie nicht zu sehr nervt, lassen sie einen in der Regel in Ruhe. Ach, guck, jetzt hat er sie schon markiert. Oder? Jetzt rennt sie weg, oder was? Nein, markiert den... Aha, ich will den wieder entmarkieren da hinten. Nein, ist egal. Na, jetzt werden sie doch ein bisschen pittig. Was ist denn so besonders an der, dass wir jetzt alle total stahl gehen? Hä, war das die Krabbler-Anführerin, oder was? Jetzt gehen sie alle ab hier. Was ist denn jetzt los mit euch? Also, das sind nur Krabbler. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich hau gerne kleine Kinder tot. Gut, das könnte man jetzt nicht verstehen. Aber die sind jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich. So, kann ich dich jetzt mitnehmen? Okay. 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 Das ist irgendwie sehr weird hier. Warum reagieren die denn jetzt so krass da drauf? Ist das einfach nur storybedingt? Ist es einfach, damit die Story nicht zu leicht ist? Oder ist an ihr wirklich irgendwie was total Besonderes, dass die anderen Krabbler jetzt so abgehen? Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt in der Stadt abgeht, wenn ich da mit dem Krabbler auftauche. Eigentlich dürften die nicht mal das Tor aufmachen für mich. Schauen wir mal. Ich glaube, der Körner, der wird das nicht so gerne sehen. Und theoretisch hat er da ja das Sagen, obwohl Sarah irgendwie auch machen kann, was sie will. Einmal eine sehr eigenartige Quest. Ich glaube, der Krabbler ist. Der Körner will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht, Sir. Ja. Weiter machen. Ja, Sir. Okay. Scheint keinen großartig zu jucken. Na gut. Vielleicht mache ich mir da zu viele Gedanken drum. Komm schon. Pass mir. Vorsicht. Vorsicht. Warum tut ihr das im Trank? Ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich kriege die Dosierung nicht hin. Hier. Warte, halt mal. Okay. Das ist gut. Da habe ich gearbeitet. Mama. Wie lange. Es ist fest. Nur ein paar Sekunden. Oh, scheiße. Ach, du scheiße. Verdammte scheiße. Ja, ich hole noch einen. Puh. Was immer du ihm gegeben hast. Er war schnell hinüber. Oh Gott, verdammt. Warte. Du, du, du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du, du versuchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert. Und deshalb musst du weitermachen. Weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ich habe da mal ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber... Langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Busa zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker, überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien, so viele Menschen. Also kämpften wir und wir siegten und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Busa. Busa, weißt du, er... Er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe, aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich seh diesen Nero-Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denk mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier. Ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja. Ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf, reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverday. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an. Was würdest du tun? Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Und zwar, weil du an diese Sache glaubst. Gib nicht auf. Wir fahren nach Norden. Ja, nach Norden wir. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahren flüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann hängen wir gemeinsam. Man? Ich glaube, er wird nicht gleich zurück sein. Ich glaube, er wird nicht gleich zurück sein. Kommen Sie bitte. Ey, jetzt wird's richtig interessant hier. Scheiße. Das wird noch echt interessant. Vor allen Dingen, weil man halt wirklich auch überhaupt keine Ahnung hat. Brauchen Sie noch nicht mehr. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Copperhead? Nein, Sir. Nein, nein, nein. Ah. Okay. Horde hochjagen klingt erstmal ganz lustig. Da kann ich nicht Nein sagen. Dann muss Sarah halt ein bisschen warten. Ich hoffe aber, dass ich eine Horde mit seinen Napalm-Bomben da ausgerottet kriege, denn ich selber habe kaum noch irgendwelche hordentechnischen Sachen am Start. Die habe ich alle für die letzte Horde verballert. Und ich müsste eigentlich erst wieder was herstellen. Das heißt, ich müsste eigentlich erst wieder Zutaten sammeln. Das könnte dann auch lustig werden. Okay. Jetzt hat der Ladescreen schon einen Ladebalken bekommen. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hierbleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie. Wenn wir beide da runter gehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Das habe ich befürchtet. Ich habe noch mehr Molotows. Munition. Bei meinem Bike. Die Chambulth-Horde? Die habe ich doch aber im letzten Teil schon besiegt. Natürlich, das ist die Horde, die ich im letzten Teil schon besiegt habe. Die an dem komischen Bahnhof da. Hätte ich mir das ja schenken können. Dann hätte ich mir das ja schenken können. Ja, gut. Ich nutze ja nichts, ne? Und wo habe ich jetzt seine Waffen? Ich habe nur Stink... Ach da, ein Abwahlmüll. Einen einzigen! Na, das geht doch voll in die Hose, Leute. Ich habe eine Attraktor-Bombe. Ihr seid ja mal richtig lustig. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich kann nicht mal meine Axt reparieren. Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Na gut, hier sind noch ein paar. Und so eine Fernlenkbombe, die habe ich auch noch. Ist auch nicht schlecht. Habe ich aber noch nie ausprobiert, wie das funktioniert. Ich meine, die Horde war ja nicht so schlimm. Oh, das ist mein Plan. Vielen Glücksein, John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Ha, verstanden. Tja, ich weiß ja nicht. Wir könnten hier schon mal so ein paar Fallen vielleicht installieren. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. tja aber welche spreng ich dann in die luft das ist die nächste tja wo sind sie denn tja probieren wir es einfach mal bitteschön sie kommen gar nicht hinterher diese gescriptete horde verhält sich ganz anders wie eine normale horde so 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 feuer frei so 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 es werden nicht weniger es werden einfach nicht weniger so 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 das ist so weiss ich nicht das ist echt ein bißchen blöd jetzt allso wir versuchen das im nächsten teil noch mal ich denke das wird vielleicht noch ein paar versuche brauchen bis zum nächsten mal